So egal das kann hier so bleiben, sparen wir auch ein bisschen, dann solltet ihr auch mal ein bisschen sparsam arbeiten. Aua. Autsch, das war jetzt nicht geplant. So da war jetzt der Ton noch immer weg, warum auch immer. Und genau jetzt fehlt uns das Holz, schade. Autsch. Das wird jetzt eine Konstruktion, ey. So Bäume. Das wir jetzt mal hier beim Thema bleiben. Hier habe ich gleich so einen schönen großen Baum gefunden, der würde uns auch eine schöne Menge Holz hier geben, die wir für den Bau dringend benötigen. Einmal nach unten. Ups. So. 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 haben wir den und den noch stamm für stamm und baum für baum und die beiden noch hier dann auch noch dann müssten wir bald wieder die menge haben die wir brauchen um diesen Bau fortzuführen so schauen wir mal ist schon ein klopper geworden ne es gefällt mir es gefällt schon mal so einmal hier oben bitte so schaffe ich das von hier unten ich weiß nicht ganz nah ran irgendwie bisschen aber es passt es passt es passt ja einwandfrei so wie so einen kleinen sonnenschutz so gesagt das war natürlich das falsche holz war mein fehler so passt es noch ja 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 ich überlege gerade ob das so passen würde ich glaube das passt nicht so wirklich ich würde das dann eher mehr dann hier durchziehen dann ich würde das dann eher mehr dann hier durchziehen dann warum das jetzt hin hier Aua so 42 Stück bis hier hin machen wir die andere Seite auch gleich nein das war auch wieder falsch ich wollte das ja durchziehen Aua das war jetzt nicht so gut von mir leider vielleicht geht es ja trotzdem so einmal hier noch und so hier und daraufhin da hatten wir in der mitte so da hatten wir das fenster in der mitte gemacht wir hatten ja so ein doppelfenster gehabt jetzt setzen wir wieder ein ich hatte erst so ein 3x3 fenster gemacht aber dann habe ich ja in der mitte her durchgezogen so war das da passt das schon erstmal mal ich überlege jetzt noch was wir jetzt genau machen ich glaube ich hoffen sie es jetzt erstmal nicht mehr später vielleicht sieht sogar ganz cool aus sieht sogar sehr cool aus jetzt nehmen wir das hier noch mit vollenden ein bisschen genauso wie hier jetzt muss ich so wieder nach oben ups ich bleibe irgendwo hängen ahja da war ich ja schon am ende hier oben so einmal runter ups einmal runter nochmal Holz nochmal und so hier schön wir müssen ja bloß von außen dann gucken oder halt schauen ich würde sagen dass wir das wieder weg machen das würde ich dann nämlich gerne mit glas fertigen wollen sieht auf jeden fall besser aus dann da da hier da das 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 是啊 das Vielen Dank.